Gestern habe ich von einigen Kommentatoren Schimpfe bekommen, weil ich das, was da im Tech-Sektor passiert, als Blase bezeichnet habe. Da haben viele gesagt, ja, das ist doch nicht vergleichbar mit der Dotcom-Blase. Ich hatte immer wieder den Vergleich zu dem Jahr 2000 gezogen. Sei doch nicht vergleichbar mit der Dotcom-Blase. Damals seien das irgendwelche Internet-Klitschen gewesen, die überhaupt kein Geld verdient hätten. Das sei doch jetzt komplett anders mit den großen Tech-Playern wie Amazon, wie Apple etc. Ja, da ist natürlich was dran. Das sind etablierte Unternehmen mit einem funktionierenden Geschäftsmodell, keine Frage. Aber dennoch stellt sich eben die Frage der Bewertungen. Und wir haben gestern ja diesen massiven Anstieg etwa einer Amazon gesehen, die 116 Milliarden Dollar an Marktkapitalisierung zugewonnen hatte, alleine gestern. Und heute in den ersten 10 Minuten nach Beginn des Kassahandels in New York hatte die Aktie, hat Amazon dann 50 Milliarden Dollar an Marktkapitalisierung wieder verloren. Das entspricht etwa dem Bruttoinlandsprodukt Serbiens oder ein bisschen mehr als Afghanistan. Also all das, was alle Serben in einem Jahr wirtschaften, ist aber auch diese 50 Milliarden in Relation zu dem, was Amazon an Zahlen selber hat, doch ein ziemlicher Hammer. Denn Amazon hat im Jahr 2019 11 Milliarden Gewinn gemacht. Und wir erinnern uns, da gab es ja ein paar Jährchen wenig vorher, da gab es noch Verluste. Jedenfalls hat man 11 Milliarden Gewinn gemacht bei 280 Milliarden Dollar Umsatz pro Jahr in 2019. Und jetzt hat man in den ersten 10 Minuten des Handels mal eben 50 verloren und gestern hatte man 116 Milliarden Gewinn gewonnen. Also das Zehnfache dessen, was Amazon 2019 an Gewinn gemacht hat. Ist das keine Blase? Das ist die große Frage. Vielleicht doch schauen wir uns hier nochmal diese extremen Dinge an. Gestern hat Jeff Bezos noch gelacht, weil eben die Tech-Werte, vor allem Amazon, 291 Milliarden Dollar hinzugewonnen haben. Amazon war da der große Player innerhalb des Tech-Sektors, aber alle anderen, Tesla, Microsoft, wie sie alle heißen haben, auch hinzugewonnen. Jetzt haben wir eben in den ersten 10 Minuten diese Verluste von 50 Milliarden. Und hier fragt Zero Hedge rhetorisch Neil Kashkari, einen extremdorfischen FED-Vertreter, der immer sagt, nein, nein, das hat mit Blase nichts zu tun. Wir haben hier keinerlei Einfluss auf die Aktienkurse. Wer es glaubt, wird ganz selig, da fragt Zero Hedge eben, ist das keine Blase, wenn 50 Milliarden innerhalb von 10 Minuten hinzugewonnen oder vernichtet werden? Wie gesagt, der Gewinn von Amazon in 2019 war 11 Milliarden, also fast das Fünffache, was in ein paar Minuten mal eben wieder weggenommen wird. Das sind für mich schon Anzeichen einer Spekulationseuphorie, könnte man sagen, die einer gewissen Erklärung bedarf. Wir sehen insgesamt, dass die Handelsvolumina an der Nasdaq, also an dieser Börse Nasdaq, die ja auch in New York beheimatet ist, in Relation zur NYSE, also zur New York Stock Exchange, massiv nach oben gegangen ist im Jahr 2020. Das zeigt so ein bisschen, dass man sich da versucht hat, auf die Tech-Werte zu fokussieren. Und insgesamt die Börse Nasdaq, alle Werte, die dort gehandelt werden, die haben eine höhere Marktkapitalisierung als alle EU-Staaten zusammen, also 27 Länder. Das ist vielleicht ein Beispiel für die Relation, was da passiert. Aber auch der DAX hat es heute gut gemacht, zumindest am Anfang. Er war einer der wenigen Indizes neben dem Nasdaq, neben den chinesischen Aktienmärkten und neben Schweden, die es ins Plus geschafft haben heute. Zwischenzeitlich zumindest. Schauen wir uns mal hier den Chart an. Da waren wir, glaube ich, am 1. Januar so um und bei 13.220 Punkte. Waren wir heute drüber, sind über die 13.300er-Marke gegangen, aber dann gab es Gewinnmitnahmen. Respektive wir haben ein Gap angelaufen, das der Markt geschlossen hat. Aber da war ein bisschen Widerstand. Jedenfalls könnte es jetzt zumindest saisonal wieder ein bisschen schwieriger werden. Wir haben hier eine Grafik von Morgan Stanley, die die Saisonalität des S&P 500 auf den Punkt bringt. Und man sieht, dass wir eigentlich so Mitte bis 21. Juli so die beste Phase haben, wo wir den Hochpunkt erreichen. Und dann wird es bis in den September ein bisschen schwierig. Der September ohnehin ein sehr schwieriger Börsenmonat. Börsenmonat, kommen wir to something completely different, kommen wir zu St. Donald. Und der wird heute um 23.30 Uhr, glaube ich, deutscher Zeit, wieder seine Pressekonferenzen geben in Sachen Coronavirus. Da freuen wir uns dann auf hochwertige medizinische Tipps. Da könnte man sich bestimmte Dinge mal in die Venen spritzen. Vielleicht hilft es ja gegen Corona, gell? Der Trump hier, der hat immer eine Idee. Jetzt hat er heute getwittert, ja, uns geht es doch viel besser im Vergleich zu anderen Ländern. Wir haben so viele Dinge richtig gemacht, die andere gar nicht hätten machen können. Tremendous progress is being made. Wahnsinnige Fortschritte in Sachen Vaccines und Therapeutics, also Medikamente und vor allem Impfstoffe gegen das Coronavirus. Das werden wir sehen, ob es diese Fortschritte wirklich gegeben hat. Das letzte Pressebriefing in Sachen Coronavirus von Donald Trump stammt vom 27. April. Damals haben wir um und bei eine Million Infizierte gehabt. Jetzt haben wir um und bei vier Millionen die Todeszahlen. Wenn man den Statistiken glauben kann, ist ja immer so eine Frage, stimmen diese Todesstatistiken? Ist jemand an oder mit dem Coronavirus gestorben? Wie auch immer. Jedenfalls Todeszahlen haben sich vervierfacht. Und wenn wir uns das mal anschauen, wenn diese Zahlen valide sind, dann wäre es so, dass das die viert häufigste Todesursache ist in den USA aufgrund externer Ereignisse. Also zum Beispiel Weltkriege 1 und 2. Aber der erste Weltkrieg hat in Anführungszeichen nur 53.000 Amerikaner das Leben gekostet. Dagegen der zweite Weltkrieg schon deutlich mehr und vor allem die spanische Grippe deutlich mehr. Wir sehen hier diesen großen Chart oder diesen großen blauen Balken, der zeigt, wie dramatisch hier die Dinge sind. Aber immerhin Nummer vier an der Todesursache. Das ist doch schon eine Größe. Warum macht Donald Trump jetzt diese Pressekonferenzen? Möglicherweise, weil der Hochpunkt der Infizierungen in den USA überschritten ist. Wir sehen sowohl in Florida, California als auch in Arizona und Texas doch eine leicht absteigende Tendenz. Das dürfte Trump auch wahrgenommen haben. Jetzt wird er sich dann hinstellen, wahrscheinlich heute Nacht und sagen, siehst du, wir haben alles im Griff. Die Zahlen gehen runter. Ich habe alles richtig gemacht. Und apropos Trump, der wird sich auseinandersetzen müssen jetzt mit den US-Demokraten in Sachen Stimulus. Da beginnen die Verhandlungen jetzt zwischen Demokraten und Republikanern. Da wird Abil Jönschi dann mal schnell wieder locker gemacht. Die Amis haben es ja. Der Dollar allerdings zeigt heute Schwäche, wie wir gleich noch sehen werden. Und wenn der Dollar Schwäche zeigt, dann zeigen Metalle, wie zum Beispiel Silberstärke, heute extrem ausgebrochen nach oben. Ich glaube ich 5,5 bis 6 Prozent gestiegen. Wir sehen das immer dann, wenn eben die Fed Geld ins System pumpt massiv, dann ist das eigentlich auch eine gute Unterstützung für Silber. Und wir sehen, dass die Gold-Silber-Relation jetzt deutlich nach unten gekommen ist. Das Gold hat ja zuletzt immer besser performt eigentlich oder in den letzten Jahren besser performt als Silber. Das hat sich jetzt so ein bisschen umgedreht. Gucken wir mal in die Scherz, meine Damen und Herren und gucken uns mal an, was da so los ist. Und wir starten mit dem Nasdaq 100, der heute nach unten geht. Gestern 3 Prozent gestiegen. Heute dann auf Future-Basis. Zunächst ging es weiter nach oben, aber dann war die Luft ein bisschen raus. Werte wie Amazon im Minus mit um und bei 2 Prozent. Auch Tesla, das vorwärtslich noch zulegen konnte, dann ins Minus gedreht. Schauen wir uns den DAX an, der bei 13.139 Punkten steht. Wie gesagt, wir waren schon knapp über der 13.300er Marke, aber dann Gewinnmitnahmen. Heute stärker dagegen Dow Jones und Brussels 2000, also die anderen US-Indizes. Man rotiert aus der Rotation in die nächste Rotation. Linke Tasche, rechte Tasche, hat man das Gefühl. Also das ist letztendlich dann ein Nullsummen-Spiel. Schauen wir uns mal die Dollarschwäche an. Da sehen wir, dass der Euro es jetzt geschafft hat, über die 1.15er Marke zu steigen. Also das ist möglicherweise eben auch eine Reaktion auf das, was da kommt in Sachen Stimulus in den USA. Gold hält sich auch stark, 1840 Silber massiv nach oben gegangen. Hier dieser Spike von 20,50 Dollar auf über 21 und abschließend Crude Oil, das bei 41 Dollar und 46 Handel. Das war es erstmal mit dem ganz normalen Wahnsinn. 50 Milliarden hin oder her in ein paar Minuten spielt gar keine Rolle, gehört zum Tagesgeschäft. Naja, ist das keine Blase, ich weiß nicht. Das ist auf jeden Fall eine Anzeichen von Liquidität, die scheinbar übermäßig am Markt der Fall ist. Jetzt wünsche ich einen wunderbaren Feierabend. Morgen und sage noch die Charts von Capital.com. Morgen Tesla und Microsoft, das wird wichtig. Servus und ciao. Ciao.